Die Gretchenfrage hoch 3 So läuft das Spiel. Ich frage, ihr antwortet. Und los geht's! Aber nicht schummeln. Ich merke das. Stelle dich kurz vor. Wer bist du und was machst du so? Also, ich bin Mojib Latif. Ich bin Klimaforscher. Beschäftige mich mit dem langfristigen Wetter gewissermaßen. Warum es eigentlich immer geschwankt hat. Warum es schwankt. Und vor allen Dingen, welchen Einfluss der Mensch auf das Klima hat. Und im Moment müssen wir leider feststellen, dass der Mensch einen ziemlich großen Einfluss hat. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Ja, mit der Religion habe ich eigentlich eine ziemlich einfache Ansicht. Ich finde, es ist nicht wichtig, zu welchem Gott man betet. Wichtig ist, dass man ein guter Mensch ist. Und daran sollte sich eigentlich jeder halten. Was ist hier wichtig? Ja, mir ist wichtig, dass man bei all dem, was man so tut, immer daran denkt, was das eigentlich bedeutet. Vor allen Dingen für die anderen Menschen auf diesem Planeten, aber eben auch für die Umwelt. Wenn du an irgendeinen Ort deiner Wahl reisen könntest, dann wäre das... Ja, das wäre der Südpol. Das ist sozusagen der entlegenste Ort von hier aus betrachtet. Dort ist die Natur noch unberührt. Und dort haben gewissermaßen die Elemente noch ihren freien Lauf. Na, war doch gar nicht so schwer. Und, bin ich zufrieden mit den Antworten? Ja. Und, bin ich zufrieden mit den Antworten?